Wenn eine Kaulquappe sich in einen Frosch verwandelt, spricht man in der Biologie von einer Metamorphose. Metamorphosen sind Verwandlungen. Könnt ihr euch vorstellen, dass es auch in der Literatur Metamorphosen gibt? Der lateinische Dichter Ovid hat Metamorphosen geschrieben. In diesem Video möchte ich euch mehr über die Metamorphosen Ovid erzählen. Unser Arbeitsplan sieht dabei so aus. Als erstes werde ich euch erzählen, in welcher Zeit die Metamorphosen entstanden sind. Dann werde ich darstellen, worum es in den Metamorphosen geht und wie sie aufgebaut sind. Als drittes werde ich mit euch über die Gattung der Metamorphosen und ihr Versmaß sprechen. Als viertes werde ich die Metamorphosen in Ovid's Gesamtwerk einordnen. Danach erkläre ich euch das Prinzip der Verwandlung in den Metamorphosen. Um das Video gut zu verstehen, solltet ihr wissen, wer Ovid war und was man unter der Klassik in der lateinischen Literatur versteht. Die Metamorphosen entstanden in der Zeit zwischen 1 vor Christi Geburt und 8 nach Christi Geburt. Ovid überarbeitete sie während seines Exils am Schwarzen Meer zwischen 8 und 17 nach Christus. Die Metamorphosen sind also in der Klassik entstanden, in der Spätzeit des Kaisers Augustus, der von 30 vor bis 14 nach Christus das römische Reich regierte. Zu Beginn seiner Herrschaft strebte Augustus eine kulturelle Erneuerung Roms an, Rückbesinnung auf Religion und römische Tugenden. Wir kommen als zweites zu Inhalt und Aufbau der Metamorphosen. Zu Beginn des ersten Buches sagt Ovid In nova fert animus mutatas dicere formas corpora. Es drängt mich, Gestalten, die in neue Formen verwandelt wurden, zu besingen. Götter begünstigt das, was ich begann, und geleitet mein ununterbrochen sich fortsetzendes Gedicht vom ersten Ursprung der Welt bis zu meiner Zeit. Wir sehen, es geht um Gestalten, die in neue Formen verwandelt wurden, also um Verwandlungen. Ovid will etwas erzählen vom ersten Ursprung der Welt bis zu seiner Zeit. Es geht also um die ganze Weltgeschichte und zwar in chronologischer Reihenfolge. Die Metamorphosen bestehen aus 12.000 Versen, die sich in 15 Bücher unterteilen. Es werden insgesamt etwa 250 Verwandlungen erzählt. Die erste Verwandlung ist die Schöpfung der Welt durch die Trennung des Urchaos in die vier Elemente. Die letzte, die des Diktators Cäsar in einen Gott. Die 15 Bücher unterteilen sich in drei Blöcke. Im ersten Block wird die Zeit der Götter beschrieben. Im zweiten die der Helden aus mythischer Vorzeit. Und im dritten die der Menschen. Kommen wir jetzt zu Gattung und Versmaß. Die Metamorphosen sind ein Epos, also eine ausschweifende Heldenerzählung. Ihr Versmaß ist der daktylische Hexameter. Sie sind aber kein ganz gewöhnliches Epos, weil sie nicht eine einzelne Geschichte, sondern 250 Einzelgeschichten erzählen. Man kann deshalb auch von 250 Epilia, also Kleinepen, sprechen. Das Versmaß ist nämlich bei Epen und bei Epilia gleich. Andererseits nennt Ovid die Metamorphosen ein Carmen Perpetuum, ein sich fortsetzendes Gedicht, das zusammenhängend die ganze Weltgeschichte umfasst. Man spricht deshalb auch von einem Sammelepos. Als viertes werde ich jetzt die Metamorphosen in das Gesamtwerk Ovid einordnen. Ovid begann seine literarische Karriere als Dichter von Elegien, in denen es häufig um Liebe ging. Im Verlauf seiner Karriere wandte er sich mehr mythologischen Themen zu. Die Metamorphosen sind Ovids längstes Werk und haben hauptsächlich mythologischen Inhalt. Es ist der Höhepunkt seines Schaffens und Ovid schrieb die Metamorphosen bis unmittelbar vor Antritt seines Exils. Die Verwandlung in den Metamorphosen folgt immer einem bestimmten Prinzip. Es gibt Verwandlungen von Menschen in unbelebte Gegenstände, wie die der Aglauros zu Stein. In Pflanzen, wie die der Daphne in einen Lorbeerbaum. Oder in Tiere, zum Beispiel die der Spinnerin Arachne in eine Spinne. Außerdem gibt es Vergöttlichungen von Menschen, wie zum Beispiel bei Cäsar. Die äußere Verwandlung ist Ausdruck eines inneren Zustandes oder des Charakters. Aglauros ist schon vor ihrer Verwandlung durch Neid starr wie ein Stein. Daphne struppig wie ein Lorbeerbaum und Arachne wird zu einer Spinne, weil ihr ganzer Lebensinhalt schon vorher das Spinnen ist. Die Verwandlungen werden fast immer von den Göttern durchgeführt. Ursache ist Liebe oder ein Fehlverhalten. Zum Beispiel Hochmut gegen die Götter. Man nennt das im Griechischen Hybris. Ihr habt jetzt einen sehr guten ersten Eindruck von den Metamorphosen des Ovid gewonnen. Viel Spaß beim Lesen und Stöbern. Valete! Und macht's gut! Euer Lateintutor Enno